Puma hat mit dem Ignite den Turbo gezündet. Und der dynamische Ignite ProNit revolutioniert das gesamte Konzept mit einem gestrickten Obermaterial. ProNit nennt Puma das leichte und atmungsaktive Strickmaterial, welches sich wie eine Socke individuell an deine Füße anpasst. Dabei kommt der Halt im Schuh aber nicht zu kurz, denn die Konstruktion und die Schnürung halten dich sicher. Die innovative Ignite Foam Zwischensohle reagiert auf jeden deiner Schritte und soll dich mit Energie unterstützen, die dich schneller und dynamischer voranbringt. Um den Dämpfungskomfort zusätzlich zu erhöhen, hat Puma im Fersenbereich ein zusätzliches Element untergebracht. Diese Kombination sorgt Schritt für Schritt für ein tolles Lauferlebnis. Haltbarkeit und Rutschfestigkeit bietet die langlebige Evertrack Außensohle, die vor allem auf asphaltierten Strecken und festeren Untergründen punkten kann. Der Puma Ignite ProNit ist ein leichter und direkter Trainingsschuh, der Tragekomfort, Dämpfungseigenschaften sowie Dynamik und Flexibilität in sich vereint. Hast auch du Lust mit dem Puma Ignite ProNit zu laufen und den Turbo zu zünden? Dann hol ihn dir in deiner Runners Point Filiale oder bestell ihn online auf www.runnerspoint.com